Jo, die nächste Fahrt geht rückwärts, Freunde. Sehr geil. Sebastian aus Dillenburg, zweifacher Familienpapa, hat einiges zu Hause zu schaufeln, zu baggern und deswegen hat er sich bei Wünsch dir was bei FFH einen Mini-Bagger gewünscht. Den kriegt er von uns. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und ich teste jetzt so einen Mini-Bagger schon mal. Ich meine, da kommst du als Kerl nicht dran vorbei. Das ist ein riesen neuer Spielzeug. Die Kollegin haben mir so einen Mini-Bagger hingestellt, so ähnlich wie du ihn dir gewünscht hast. Ich bin noch nie Bagger gefahren. Ich weiß, du kennst dich aus. Erklär mir, wie geht diese Maschine, was muss ich anstellen? Der rechte Hebel ist, um den Arm zu heben und der linke ist zum Strecken und zum Randziehen. Okay, warte mal. Ja, der rechter Hebel geht hoch. Da kommt der Arm und linker Hebel nach vorne. Warte, 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 warte. Ja, jetzt streckt sich die Schaufel. Ich darf nicht den Arm ausstrecken. Warte, hoch. Geilo. Das ist ja cool. Warte mal. Und manchmal an der Kette.